Ich spreche heute schon zum sechsten Mal über die Aarhus-Konvention und da geht es immer noch um die Frage, ob die Öffentlichkeit bei umweltbezogenen Genehmigungsverfahren mitreden darf oder nicht. Und dazu fällt mir mittlerweile nur noch ein berüchtigter Fußballerspruch ein von Toni Pfeffer, der hat 1999 in der Halbzeit gesagt, da war Österreich gegen Spanien schon 0 zu 5 hinten, hoch werden wir es nicht mehr gewinnen und er hat auch Recht gehabt, Österreich hat 0 zu 9 verloren. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Martin Niedower von der Umweltrechtskanzlei Niedower und Partner mit Sitz in Wien und Salzburg und 0 zu 9 bedeutet 0 Tore für den Gesetzgeber, Bundes- und Landesgesetzgeber, 9 Tore für die Gerichte und die ersten drei Tore hat gleich einmal der Europäische Gerichtshof geschossen, der hat 2015 schon einmal gesagt, NGOs können selbst dann noch eine Entscheidung anfechten, wenn sie im behördlichen Verfahren gar nicht beteiligt waren. Ein Jahr später, wieder EuGH zum slowakischen Braunbären, zwei Beteiligungs- und Überprüfungsrechte stehen nicht nur zu UVP-Verfahren und zu IPPC-Anlagen zu, sondern auch darüber hinaus und das 0 zu 3, eine richtige Granate wieder der EuGH in der Entscheidung protekt. Er hat gesagt, immer dann, wenn es potenziell erhebliche Auswirkungen gibt von einem Projekt, dann gibt es für die Öffentlichkeit auch Beteiligungs- und Überprüfungsrechte. Wenn es keine potenziellen Auswirkungen gibt, gibt es immer noch Überprüfungsrechte für die Öffentlichkeit. Dann hat der VWGH übernommen, hat das 0 zu 4 geschossen, auch Bürgerinitiativen sind betroffene Öffentlichkeit, damit ist auch das UVP-Gesetz Aarhus-widrig. Dann hat er gesagt, 0 zu 5 würde ich das jetzt bezeichnen. Aarhus ist immer anzuwenden, wenn irgendwie EU-Umweltrecht tangiert ist, dann kommt schon das 0 zu 6. Aarhus ist immer noch anzuwenden, auch wenn schon einzelne Genehmigungsverfahren abgeschlossen sind, dann muss ich halt im noch laufenden Genehmigungsverfahren, in dem das noch offen ist, Aarhus zu berücksichtigen. Und jetzt die nächste Granate, das 0 zu 7. Ich schaue mir auch alte Bescheide an, sagt der VWGH, weil die Grundrechtecharta gibt es schon seit 2009 und insofern müssen wir auch in die Vergangenheit blicken. Und das hat er jetzt anlässlich zweier niederösterreichischer Fälle noch einmal bekräftigt. Eine gesetzliche Übergangsbestimmung, die sagt, wir schauen nur ein Jahr zurück und alles andere ist sozusagen nicht mehr Aarhus relevant, ist aus Sicht des VWGH so nicht zu lesen, sondern er blickt eben in die Vergangenheit zurück. Ich warte auf das 0 zu 9, das wird mit Sicherheit kommen und wenn dieses Tor gefallen ist, werden wir uns wieder melden aus dieser Kommentatorenkabine.